Shell FuelSafe Diesel enthält spezielle Korrosionshemmer zur Vermeidung von Korrosion an Kraftstoffsystemen und Lagertanks. Dadurch werden ihre Investitionen geschützt. Dieser fortschrittliche Kraftstoff enthält spezielle Wirkstoffe, die bei der Reduzierung von Korrosion und Rost helfen sollen, insbesondere in Komponenten wie der Kraftstoffpumpe des Fahrzeugs. Es kann zu Korrosion und Rost kommen, wenn Kondenswasser, Regen, Schnee und oder Eis in das Kraftstoffsystem des Fahrzeugs eindringen. Um diesen Prozess zu verdeutlichen, haben wir den Verlauf eines Labor-Korrosionstests mit einer Zeitraffer-Kamera aufgenommen. Auf einem Stahlstab, der herkömmlichen Diesel ausgesetzt wurde, verteilen sich Wassertropfen und heften sich an die ungeschützte Metalloberfläche, was zur Bildung von Korrosion führt. Was für ein Unterschied bei Shell FuelSafe Diesel. Wassertropfen perlen von der Oberfläche ab und der Stahlstab wird vor Korrosion geschützt. Dieses Funktionsprinzip kann auch bei diesem einfachen Experiment beobachtet werden, bei dem Wassertropfen auf einen geschützten Metallstreifen treffen und abgestoßen werden. Zur Veranschaulichung haben wir Teile einer Kraftstoffpumpe zuerst in eine Mischung aus Wasser und herkömmlichen Diesel und dann in Shell FuelSafe Diesel getaucht. Die Shell FuelSafe Diesel exponierte Kraftstoffpumpe ist fast makellos, da sie tatsächlich versiegelt wurde. Genau wie diese gewachste Fahrzeugoberfläche. Shell FuelSafe Diesel enthält spezielle Korrosionshämmer zur Vermeidung von Korrosion an Kraftstoffsystemen und Lagertanks. Dadurch werden ihre Investitionen geschützt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017